Moin moin. Letzte Station unserer Patzenauntour. Heute in See, was uns jetzt schon hier mega sympathisch ist. Man kann direkt neben der Piste parken. Können wir nämlich hier schönen Mittag machen. Bisher haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Skigebiete nicht ganz überfüllt sind und die Pisten trotzdem mega sind. Dann würde ich sagen, ab geht's. Da versteht man absolut, wie so See tatsächlich so ein Powderparadies ist. Wenn man sich die Hänge hier anschaut, das ist richtig, richtig gut. Also wenn da ein bisschen mehr Schnee drin liegt. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Ziehweg zur Näxchen Gondel. Also man merkt schon, vermieden Skigebiet und sehr, sehr gemütlich. Also genau unser Ding. Das ist wirklich sehr cool. Also erster Eindruck auf jeden Fall mega. Also man hat herrlich lange Abfahrten. Das ist wirklich, wirklich cool. Wir sind mal wieder super überrascht über Alternativ-Skigebiete wie zum Beispiel See im Patzenauntal. Ab geht's. Oh nein. Das dachte ich auch noch nie. Krasse Autobahnen. Also wirklich, das ist von den vier Tagen her das Beste, was wir bisher hatten. Die Pisten sind super präpariert. Die sind mega breit, haben eine geile Hanglage. Die hängen nicht, die sind schön gerade und es ist nicht viel los. Also besser geht's nicht. Und die Sonne kommt auch noch ein bisschen raus. Wir fahren zum Mittag an den Camper und es ist auch gut, wenn schon auf der Talabfahrt steht. Abfahrt nur für geübte Skifahrer. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.